Warum machst du das? Also, soll ich die live vor der Kamera aufmachen? Dein Bitte! Oh Gott! Oh, Lena, Alter! Mann, ey! Ey, ich hab hier grad echten... Oh, Tessa, willst du aufmachen? Nee! Ey, was ist das für ne Scheiße? Uh! Du bist übelst du Woo-Girl, ne? Ich bin so wie Dani in der Dschungelprüfung. Herzlich willkommen zur vierten Folge Trashcores mit Tessa und Lena! Wow! Wow! So, Tessa, was ging am Wochenende? Das ist ne Fangfrage. Mhm. Ich hab am Wochenende Geburtstag gehabt. Hat sie celebrated? Hab bisschen celebrated, oder? Ja! Also, alles gute Nachträglich zum Geburtstag, ne Tessa? Hast du die selber gekauft? Sicher hab ich das. Auf gar keinen Fall. Was ihr nicht wisst, ist einfach, dass wir es um 10 morgens haben. Tessa, du darfst das erste Thema ziehen. Das ist das schönste Geschenk. Mir schmeckt's schon wieder. Mir schmeckt viel besser. Mir schmeckt der Kaffee. Oh Gott! Ich werd auch direkt viel wacher. Germany's Next Topmodel. Ja, Germany's Next Topmodel geht los am Donnerstag. Und wir haben uns schon mal ein bisschen die Kandidatinnen reingezogen. Die heißen gefühlt auch alle wieder gleich. Die heißen alle Jenny und Jessie und Julia. Die heißen alle, ja, und Nina's You. Und ansonsten ein Haufen Mädels, die sich für kleine Angelina Jolie's halten. Musikauswahl bei Germany's Next Topmodel war auch wieder mega gut. Da gab's eine. Ihr Papa kommt, glaub ich, aus Namibia. Und einfach im Hintergrund lief die Musik. Im Hintergrund lief die Musik. It's too dark to see. It's too dark to see. Und ich denk so, okay, gut. Bin ich raus, hab ich ausgemacht. Dann hast du schon ausgemacht. Das war's jetzt, oder was? Tessa, ganz ehrlich, ich würd das jetzt einfach an dieser Stelle mal abkürzen, weil es sind halt kleine Germany's Next Topmodels. So, möchtet gern. Und es sind halt alle 19. Okay, Abbruch. Wendlers und Laura haben uns wieder ein neues Thema überlegt für die vierte Folge. Nein, aber Spaß beiseite. Wir hatten ja ein kleines Video, wie ihr wahrscheinlich alle das Video gesehen habt letzte Woche. Hoffentlich. Was denn da steht doch noch? Schatz. Schatz, Gott. Nicht dein Ernst, oder? Schatz, ich liebe dich so sehr. Warum machst du das? Das musst du gar nicht machen. Oh, Baby. Ich liebe dich so. Ich musst du gar nicht machen, Schatz. Oh, Baby. Ja, ich liebe dich aber. Also Oliver Pocher hat halt echt wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Video dazu gemacht. Er hat den Micha ein bisschen auf den Arm genommen. Er hat auch ein schönes Vellett-Shirt an. Ja, der hat sich genau mit der Brille und alles so gut. Schatzi. Was ist das? Was? Ich kann es nicht sehen. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Was ist das? Das ist ein Autoschlüssel. Der in meiner Farbe. Den wollte ich die ganze Zeit. Ja. Ach, Baby. Ich liebe dich doch so sehr. Ja, ich dich auch. Obwohl meine Frau die Schuld übernommen hat und im Dschungelcamp sitzt. Ja. Ja. Ich liebe dich doch so, Baby. Ach, ich dich auch, als ich dich damals mit 17 kennengelernt habe. Ja, ich liebe dich, mein Baby. Schatzzi. So gut nachgemacht. Wie seine Freundin sich dann auch so gefilmt hat und so war. Ja, so. Baby. Ich kann es nicht mehr hören. Ich finde es so ekelhaft. Also das ist wirklich sehenswert. Guckt es euch mal an, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Wow. Prost, ne? Ja, also ich sage dir, er wusste, dass dieses Auto kommt. Am Ende hat auch Laura einfach beauftragt. So, bitte hol mir mal das Auto. Stimmt. Weil ich muss es sonst direkt wieder abgeben, weil bei mir läuft immer noch ein Insolvenzverfahren. Das macht er doch, das zahlt er doch gar nicht mehr. Ne, er nicht. Hat er alles auf Claudia schreiben lassen. Ehrenmann. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Geschäftsbeziehung. Er hat nämlich eine Geschäftsbeziehung mit Laura. Er kriegt nämlich Provisionen von Laura, weil er sie ja praktisch berühmt gemacht hat. Über mehrere Jahre kriegt er das noch. Ja, über mehrere Jahre. Falls sie ihn jetzt in einem Jahr wieder abschießt oder jetzt bei Let's Dance einen flotten Tänzer kennenlernt. Er soll ein Flotter sein als der Michi. Ich frage mich, ist es nur eine Geschäftsbeziehung oder auch eine Geschäftsbeziehung? Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, weil ich glaube noch an die große Liebe Tessa. Das Auto hat 54.000 Euro gekostet. Wie viel? 54.000. Circa. Wie viel hat sie vom Playboy bekommen? 10.000. Sie wollten 50.000 haben. Playboy hat gesagt, ganz ehrlich, nee. Für dich? Nee. Auf gar keinen Fall. Wendler war schon drin. Und dann bekommt sie ja pro Insta-Post 5.000 Euro. Warum postet sie denn so dreimal die Woche nur? Da würde ich ja jedes Mal Content rausballern. Weil das, was sie postet, ist ja auch scheiße. Aber kriegt sie jetzt auch nochmal, wenn sie die Playboy-Bilder postet, nochmal Geld vom Playboy? Damit sie ihre Brüste praktisch spreadet und verbreitet? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hin oder her, wie intensiv diese Geschäftsbeziehung ist, werden wir rausfinden. Definitiv. Ich hoffe, wir finden es nicht raus. Wow, wow, wow. Pris Damien. Pris Damien. Er ist Dschungelkönig geworden. Ich habe gesehen, 80% haben für ihn angerufen. Er war schon echt ganz schlau. So, wie geht es nach dem Dschungel weiter? Ich meine, nach DSDS ging es ja schon nie weiter. Er hat zwei Wochen erzählt, dass er alleine in einer WG lebt. Und die WG ist halt eigentlich nur er und seine Echsen irgendwie. Er hatte noch keinen Sex und hat angeblich auch noch niemanden geküsst. RTL hat direkt einen Tag später einen Aufruf gestartet. Bist du interessiert an unserem Dschungel-King Prinz Damien? Bewirb dich jetzt. Hast du dich beworben? Also er sagt zwar, er ist bi, aber come on. Also der ist ja sowas von schwul. Und wie ein Ranger sehe ich auch nie aus. Machen wir weiter. Bachelor. Ihr habt den Prinz noch nicht mal weggeworfen. Vierte Folge. Ja, hau ihn doch weg wirklich. Vierte Folge Bachelor-Leaf. Foll ich gleich aufwählen? Na komm, schütt doch nach. Bachelor Folge 4. Ich finde es super, dass immer ein bisschen was Wissenswertes mitgegeben wird den kleinen Mädels. Dieses Mal ging es um die heilige Kakaobohne in Mexiko. Er wollte erstmal seine ganzen Mädels reinigen lassen. Das würde ich aber auch machen, wenn ich da bin. Das eine hat es auch wieder direkt gefühlt. Linda so. Oh ja, deine Großmutter war gestern bei dir. Oh, was? Jedenfalls war es sehr spirituell. Man kriegt so den Eindruck, er will irgendwie alles negative und schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit von den Mädels erfahren. Dann sucht er irgendwie seinen Partner in Crime und in Crime halt wortwörtlich beim Basti. Vielleicht wartet er darauf, dass irgendeiner mal droppt, dass er auch in einem Gefängnis saß. Und die ist es dann. Die ist es dann? Die ist es dann. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Er redet viel zu langsam. Er redet viel zu langsam. Ich glaube, er denkt auch viel zu langsam. Und er hört auch nie zu. Ist mir immer aufgefallen. Weil er die ganze Zeit nur so ist wie... Sie hatten ja noch ein schönes Schokobad. Und er ist dann noch ein bisschen untergetaucht. Erstmal sah er mit der Schokolade im Gesicht viel besser aus aus irgendeinem Grund. Er hat einfach nichts mehr von ihm gesehen. Jetzt geht es eigentlich. Und dann dachte ich so, er war so, geh runter mit dem Kopf, sonst drücke ich dich runter. Und ich war so, wo willst du denn die hindrücken in der kleinen Badewanne? Sorry, aber die weiß jetzt nicht so ganz. Aber Violetta war so, nee, mach ich nicht. Was war mit Gesichts-Birgit los? Ja, stimmt. Weil er meinte, er lacht sie an und sie macht nur so. Ja, und sie guckt mich immer so böse an. Aber guckt sie aber auch. Die ist halt richtig weird. Und dann kam noch dieses ganze Hexen-Ding dazu. Wo ich so dachte, also wart ihr irgendwie alle in dieser Kakaobohne? Und habt irgendwie zu viel davon gesoffen? In der Kakaobohne? Weil sie nachts alleine im Pool ist. 22.30, also abends. So, als ob sie jetzt noch so ein Ritual ist, dass sie sich badet. Was macht sie da im Pool? Ich so, die schwimmt halt einfach nur. Nee, das kann überhaupt nicht sein. Deswegen hat sie ja auch einen Knackarsch und ihr nicht. Außerdem hat Vanessa ja auch noch Durchfall gehabt. Zitat Vanessa. Also ich habe hier die Scheißerei bekommen, dass es kracht. Keine Ahnung, was hier los ist. Gut, dann hatte er noch ein Date mit der Rechtsanwältin oder angehenden Rechtsanwältin, die, ich finde, ein super komisches Gesicht hat. Leer. Leer. Die hatte jetzt viel zu viel gemachte Lippen, viel zu viel gemachte Brust. Nee. Dann aber so ein langes Gesicht, wie er es einfach nicht verstanden hat, als sie geknutscht haben. Und sie direkt meinte. Ja, du küsst gut. Ja, du bist auch ein bisschen Gruppenmotoriker. Ja, du bist auch ein bisschen Gruppenmotoriker. Er ist einfach ein Arschloch. Wirklich. Also von Folge zu Folge finde ich ihn noch dümmer. Ich fand es auch geil, dass er einfach mal einen positiven Trait von sich nach außen gebracht hat und meinte, also mir fällt immer wieder auf, ich bin sehr aufmerksam. So, opa, so geil. Futter mit, ne? Big Brother geht in die nächste Runde. Sprich, es ist kein Pomi Big Brother, sondern wirklich könnte meine Nachbarin wahrscheinlich drin sein. Nein, aber Big Brother erregt natürlich gerade wieder Aufsehen, da diese ganze neue Staffel unter dem Motto ist, jeder Mensch hat einen Wert und den bestimmst du. Und du darfst gelbe Sterne verteilen. Und du darfst gelbe Sterne verteilen. Also der Mensch wird mit einem gelben Stern gekennzeichnet. Jetzt ist aber gerade leider der Fall, dass sich Auschwitz zum 75. Mal jährt. Ob das jetzt so gut überlegt war? Titelsong heißt übrigens Follow the Leader. Das ist ungefähr wie bei RTL und Schwan Basti, wo man sich so denkt, habt ihr irgendjemanden in der Redaktion sitzen, der auch noch Gehirn besitzt? Gehirn besitzt. Ansonsten, Tessa, hast du noch was? Irgendeine Special News? Nee, ich habe nur gesehen, Schwester Eva bringt jetzt noch einen Song für ihr Baby raus. Es passiert halt nichts, wo sind die Trash-TVs? Was geht eigentlich bei der Katzenberger-Schwester? Hast du dich jetzt mal informiert? Nee, ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Ich informiere mich fürs nächste Mal. Gut, ich glaube, es ist auch einfach nichts Interessantes passiert, ne? Katzenberger-Schwester. Passiert gar nichts. Und Prost! Schöne Woche euch noch. Ciao. Ciao, Bussi. Ciao. Cha-cha! . . . .